Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Barogos Gaming und Rise of the Tomb Raider. Was wollten wir machen? Wir haben einiges noch vor uns. Oh, hier kann ich wieder aufsacheln. Sehr schön. Munition ist nie verkehrt. Ähm, hier liegt jetzt auf einmal ein Zettel. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay, ich glaube, das ist schief gegangen. Oh, wir haben Russisch etwas gelernt. Auf der Karte steht ja aber hier... Ne, jetzt ist der Zettel weg. Seid ihr? Jetzt ist der weg. Wenn wir das jetzt hier markieren, gehen wir mal dahin. Das schauen wir doch mal. So... Und ab mal. Auch ne, kann die ja noch nicht. Zack. Ein Fall. Mein Pfeil hat auch drin gesteckt, und das kam nicht raus. Hm, da will irgendwo ein Relikt sein, aber wo? Da habe ich mich doch auch schon ewig drin aufgehalten. Vielleicht nicht unten. Da. Okay. Zum Nachgreifen. Oh, drüber, ja. Jetzt wird es hier unten vor. Da. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Alter, alter. Was denn, ob es auf der Rückseite steht? Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Oh, da hat wohl jemand sein Gedächtnis verloren? Mann. Ein paar hübsche junge Männer. Die sind heute nicht mehr so hübsch. russisch, stufe 2. Von wie galt reden wir hier. Kalt, Gelder, Hexengelder oder russisch. Wir sollen da hoch. Wie wir da hochkommen? Ich habe ehrlich gesagt gerade noch gar keine Ahnung. Da ist ein Zeltplatz. Da lang und dort lang. Ja, da wollen wir mal schauen. Haben wir hier noch etwas, was wir vergessen haben? Eine Höhle. Hier ist eine Herausforderung ins Dunkel. Die markieren wir uns mal. Geht nicht? Geht nicht zu markieren. Verzeiht mir. Ich habe gerade etwas umgeworfen. Ja, das geht nicht. Jetzt kann ich mir das nicht markieren. Na gut, laufen wir mal so hin. Da ist noch ein Wolf. Wie hat diese Brücke schon mal gelaufen? Ich weiß es gar nicht. Ah. Ah. Mann, du. Das ist noch eine Wolfshöhle. Hast du das Fell schon abgefressen? Oder muss ich von der anderen Seite ran? Ja. Da war es doch. Na bitte. Wir nehmen da durch das Fell. Interessant ein Ort entdeckt. Ja. Da nehme ich eine Höhle. Und da ist auch noch eine Höhle. Hm. So, den habe ich wohl das Fell abgezogen. Schauen wir mal hier hoch. In die Höhle wollen wir natürlich auch noch schauen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Da gucken wir auf jeden Fall noch rein in die Höhle. Ja. Was gibt es hier oben? Einfach baust gut. Da kommen wir auf das Dach. Was machen wir auf dem Dach? Keine Ahnung, was wir da oben sollen. Ah. Da gibt es noch Holz. Und sämtlichen anderen Schnick-Schnack. Das wollen wir uns natürlich. Da tun wir uns natürlich nicht. Wie zum Beispiel hier dieses Holz. Gehen natürlich auch hier hin. Anders Holz. Und wir werden natürlich in diese Höhle reinschauen. Das muss ja irgendwas Schönes muss es ja drin geben. Aber wir gehen auf jeden Fall mit unserer Halbautomatik-Pistole rein. Das sind wieder Tornen. Also die Höhle muss ich doch später nochmal erforschen, wenn ich die Torn irgendwie zu schneiden kann. Mit einem Buschmesser. Das ist ein Lichtstrahl. Das ist ein Minzversteck. Nee, war ein Pilzer. Alter, was das gruselig hier drin ist. Hier muss man ganz leise sein. Deswegen hat man erstmal ein Erz von dort wandert. Da ist Wolf. Der hat's erlebt. Der hat's erlebt. Das ist noch ein Reh. Okay. Jetzt gibt's hier erstmal nichts weiter. Mann, Mann, Mann. Ich kann das aber auch nicht so dunkel machen hier. Da sieht man doch gar nichts. Ist das der Ausgang, wo ich gekommen bin? Ja, das ist der Ausgang, wo ich gekommen bin. Wir gehen noch ein Stückchen tiefer rein in diese Höhle. Hier geht so viel weiter und du kommst nicht durch, weil das Dornen sind. Ähm, ich befürchte, da brauchen wir Buschmesser oder irgend sowas. Dann würden wir wohl weiterkommen hier in der Höhle oder in den Höhlen. Ja, das war's. Mehr können wir im Moment nicht erforschen in den Höhlen. Ähm, nein. Geht nicht mehr zu erforschen. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir auch mal ein bisschen schneller laufen. So. Eine herrliche Aussicht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch mal schön und dumm. Einwandfrei, alles mit drauf. Wir wollten, wo wollten wir nun hin? Federn. Ach, die zeigt's mir sogar Federn auf der Karte an. Ach, da oben. Das zeigt mir ja jetzt alles auf der Karte an. Hier machen wir ein Lagerfeuer. Beziehungsweise ein Grab. Ein Grab war hier. Lagerfeuer. Wie komme ich denn auf das Lagerfeuer? Da ist ein Monolith. Vielleicht kannst du ihn schon lesen. Kannst du ihn lesen? Ah, Stufe 3. Das scheint eine Art Karte zu zeigen. Russisch, Stufe 3. Ei, ei, ei. Was ist das? Moduliert. Kräuter. Aha. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Hm. So, wir wollten, wo wollten wir nun hin? Wir wollten jetzt hier an das Lager. Was ist das? Noch eine Herausforderung. So viele Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wo ich es erst anfangen soll. Ja, auf jeden Fall, wenn. Schieß für 3 Meter. Wo? Ich klaue nicht. Da komme ich dorthin. Von dort aus. Hm. Es gibt so nicht. Wir folgen den Weg. Da geht nur strax auf das Lager. Hinterzug. Muss anhalten? Nach links abbiegen müssen. Jawohl. Ich merke mir das nicht. Ich bin... Oh, komm. Mann. Hätte ich mal die Pistole genommen. Wo ist das jetzt hin? Ach, da vorne. Ja. Ein Geweih mit dazu bekommen. Jawohl. Ah. Da komme ich wieder hoch. Okay. Finden sie den nahegelegten Eingang. Hier ist noch eine Höhle. Wieder zu dunkel. Das gibt es ja gar nicht. Jetzt Giftfilter. Da ist eine Tür. Ich weiß nur noch nicht, ob ich diese aufreißen will. Einfach. Oder ob da eigentlich was Schönes bei rumdurch. Ich keine Ahnung. Wo brauche ich noch? Ah. Das bekomme ich noch nicht runter. Seilpfeiler. Ah. Die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. So war es. So war es das erstmal in dieser Höhle. Also müssen wir weiter gehen. Weiter schauen. Denn Dietrich haben wir ja jetzt schon. Wir hatten auch vor uns schon. Also vorhin. So in einer der letzten Folgen. haben wir glaube ich einen Eingang gesehen. Wo wir Dietrich gebraucht hätten. Aber wir ja noch keinen hatten. Da könnte man jetzt auch schon wieder zurückgehen. Diesen Durchlaufen. Aber. Jetzt schon ja. Weiß ich nicht. Vielleicht gehen wir später nochmal zurück. Ich hoffe du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt. Dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll. Um mich daran zu erinnern warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß du hast es wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß du dachtest du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion. Wie man sieht. Eine wichtige Lektion. Wir können weiterlaufen. Wir können noch nichts herstellen. Wir haben nicht genug Schrauben. Graf 1 von 3 gefunden. Wollte doch nur hoch. Drüber hinaus. Ich brauche doch noch Federn. Wenn ich jetzt richtig sehe. Müssen wir hier lang. Jawohl. Hier schön am Hang entlang. Nichts verpassen. Nichts verpassen bitte. Was liegt da unten? Was ist das? Ich glaube hier kann ich mich auch mal fein lassen. Jetzt könnte ich es zum Not noch aufheben. Aber ich habe schon genug. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Hier müssen wir natürlich wieder nach links springen. Auf diese andere erkletterbare Wand. Ich bin... So wie sich das hier anfühlt alles. Bin ich noch ziemlich am Anfang. Wobei ich schon langsam weiterkomme. Wobei ich schon langsam weiterkomme. Was wäre ja auch schwachsinnig, wenn ich nicht weiterkommen würde. Die Frage ist, wo gehe ich lang? Was ist da drunter? Wozu wir hier runter? Oh, ey, wie bei mir jetzt laufen müssen. Drücken wir hier euch hier. Was hat es mir angezeigt? Ah, hier. Die Munitionskiste kann ich jetzt aufheben. Ich konnte hier von uns nicht aufheben, weil die Munition voll war. Doch. Mann. Ach, das gibt es ja gar nicht. Das muss ich hier auch noch wirklich ringsrum laufen. Waren wir in der Höhle schon drin? Ach, fehlende Ausrüstung. Ja, also waren wir schon drin. Hier brauchen wir nämlich Sprengleitungen. Aber Sprengleitungen haben wir natürlich nicht. Wir müssen wieder dort lang und da hoch. Oh Mann. Ein langer Weg wieder. Ja, da können wir jetzt noch ein paar Kräuter mitnehmen, die wir auch schon haben. Die ist voll. Hier gehen wir wieder nach oben klettern. Und das nochmal Holz. Das Holz nehmen wir noch mit. Klack, klack. Klack. Jawohl. So, wir klettern auch gleich hier hoch. Da sparen wir uns die erste Wand. Dann geht das Ganze von vorne los. Ja. Wieder hier lang und wieder da rüber. Auf geht's. Lara. Auf geht's. Da war ich schon. Das sah jetzt komisch aus. Weil irgendwie habe ich es geahnt. Weil ich es doch geahnt, dass ich... ...nach links gemusst hätte. Also nach oben meine ich rechts, oben, links. Aha. Zeig's euch. Jedenfalls hier lang, habe ich geahnt. Breitblatt Kletterpfeile. Ja. Geben wir eben hier hoch. Hier machen wir zu Holz. Da sollen wir hin. Was hat da vorne gelöchtet? Ach, die Fahne. Ich weiß aber nur noch nicht, was wir mit der Fahne machen sollen. Was soll ich nochmal kurz auf die Kutter? Da gibt's auch was. Hartholz. Aha. Da ist die Fahne dann geben. Aber das... Ja, mit dem tun wir es natürlich. Wir brauchen sie es unbedingt, aber da nehmen sie es natürlich mit. So, das ist Fakt. Das ist Fakt. Weiter geht's, weiter geht's. In der Schaufel. Kann ich die Spaten mitnehmen denn irgendjemanden übern? Rücken ziehen? Oh, hier muss ich hoch, glaube ich. Haha. Nein. Oh. Ein mehr. Geil. Na, Gott sei Dank. Da hast du die Giste noch gefunden. Da sind noch Verbrauchsgut. Jetzt laufen wir auch gleich bis runter. Jetzt laufen wir auch gleich bis runter. Hier, mach auf. Mach nicht auf. Will nicht aufmachen. Ha, ich wiese die Treppen auch erstackst. Wie ich das hier aufführe. Und. Wunder ja. Ach, jetzt bin ich, komme ich von hier quasi. Ja. Da sind die Felder. Da bin ich hoch. Ja. Gut. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Und wir müssen natürlich wieder nach oben. Das ist klar. Weil, was soll man hier unten? Wenn wir hoch müssen. In unserem Punkt. Da können wir klettern. Wollen wir klettern oder? Ja. So, gefällt mir das doch besser. Schöne, kleine, akrobatische Einlage. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Münzvorstecke endlich. Aha. Alter. Müsse ich ja wieder zurück. Das ist doch... Oh, nee. Könnte ich mir das nicht vorher sagen? Hä? Hä? Was ist... Muss ich die töten? Oder komme ich ringsherum? Ich will. Wir werden angegriffen! Durchsuchen sauber. Da! Bieter! 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 Okay, ich hätte hier hochgehen können. Hehe. Ich will dich doch viel lieber blündern. So eine schöne Munition. ein altes sowjetisches arbeitslager trinity hat es komplett übernommen die habe ich ja schon von darin könnte das lager kurz benutzen aber die befürchtung ich habe immer noch nicht genug mutter zum beispiel meine pistole aufzuwerden ich habe immer noch nur sechs mutter das wirklich mangelware jaja mutter mutter sind mangelware nichts auf der karte gucken ob euch mit der näher ist dann zeigt es mir an dass das unter näher ist das empfehle dann brauche ich jetzt nicht unbedingt sollte da oben lang beziehungsweise dahin ich wollte erst mal in der schlager mich auch hoch ach nee es war nur für die schlager benutzen kann die passen vorratsschuppen nutzen sie byzantinische münzen um den ausrüstungstechniker von trinity objekte abzukaufen gehen sie auf objekte zu und halten sie e gedrückt um sie zu kaufen gehen sie jederzeit zum schuppen zurück um objekte zu kaufen kann ich ja auch noch ist ja laden ich bin auf eurer seite ich arbeite hier als wartungstechniker für trinity aber ich muss unbedingt hier weg diese leute sind verrückt ich habe ausrüstung gelagert sie gehört dir wenn du zahlen kannst ein paar fehlende dinge fallen denen ich auf aber wenn sie lunte riechen oder mich mit dir sehen bin ich tot ich brauche nicht zurück verfolgbares geld für den ernst fall vorzugsweise gold meinst du haben wir haben einen deal mal sehen was ich auftreiben kann also voll so die 100 40 münzen da muss ich auf jeden fall noch mal zurück ich kann mir ja gar nichts leisten und eigentlich noch weniger es ist keine atombombe ein gruseliger typ mit namen gesicht namens konstantin eine große rede gehalten über das schicksal und die quelle und jetzt bin ich noch verwirrter die anderen externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich aber die angestellten die schon lange für trinity arbeiten saugen das auf und wollen mehr davon hören das ist wie ein scheiß jones town hier wir bereiten uns auf einen angriff vor gegen wen fragst du dich es sind leute hier einheimische wie aus der steinzeit ich meine fälle heute und pfeilspitzen und wir begegnen ihnen mit einem kampfhubschrauber und maschinengewehren ich bin hier auf der falschen verdammten seite der geschichte tja jeder ist ein eigenes glückes schmied jeder kann sich seine seite selbst ersuchen wenn du das natürlich nicht möchte ist geh jetzt da hoch oder geh ich da hoch ach komm ich geh hoch ich weiß noch nicht was uns hier oben erwartet aber es ist ein verdammt hoher drum ich muss meiner höhenangst guckt euch das an meine herrliche aussicht eine herrliche aussicht das gibt's doch gar nicht so jetzt warten wir natürlich nach drüben kommen soll ich da auch rein da geht das lang nee das soll ich nicht rein noch nicht zumindest noch nicht noch nicht muss ja noch höher auch nicht also muss ich wieder runter wo sind wir hochgekommen nicht hier irgendwo eine leiter da ist man da muss ich doch hin irgendwo gezeigt dahin nutzen sie die kommunikationskabel als seilrutsche in die gefängnis ach so ich soll jetzt in die gefängnisanlage rein ja also muss ich doch da hoch und doch darüber dass da wer lesen kann ist ganz ganz klar im vorteil hatte ich jetzt mal so sagen das also mehr wie ganz klar im vorteil natürlich gucken ob hier noch irgendwas ist hier zum beispiel was haben wir gekriegt auch ein stück papier bin da gegen die münze liegen ich brauche hier 2000 2000 brauchen nicht 140 nur und ja die werden wir jetzt so schnell nicht bekommen haben wir auch mal nicht gekriegt bekommen ich weiß nicht ob man hier auch noch neue pickel bekommt also als pickel pickel den bochen kriegt man auf jeden fall euch mann aber man muss ihn finden natürlich ja 1 von 4 geben uns natürlich mühe alles zu finden für diese waffe ist kein zubehör verfügbar also noch nicht zumindest hier brauchen wir fertigungswerkzeug als voraussetzung das könnten wir da drin kaufen aber ja es ist sehr schwierig das da drin zu kaufen also wir unterbrechen jetzt ja erst mal an dieser stelle und sehen uns dann in der nächsten folge von bargos gaming